Im November 2022 wurde von KSC Ultras im Wildpark Pyro gezündet, sechs Personen müssen bereits Stadionverbot, Bewährungsstrafen oder Bußgelder in Kauf nehmen. Ein deutlich härteres Urteil haben Jonas S. und Richard S. am vergangenen Donnerstag erhalten. Sie wurden je zu einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Während des ersten Verhandlungstages wurde vor allem Richard S. belastet. Der 33-Jährige soll in einer Sprachnachricht vom 11. November 2022 zugegeben haben Pyrotechnik in den Räumlichkeiten des FEM-Projektes vorbereitet zu haben. Der 36-Jährige Jonas S. trat in den verlesenen Chats nicht besonders in Erscheinung gilt aber laut einer Zeugenaussage als ein Mitglied des harten Kerns der KSC Ultras. Nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli wurde die Wohnung des Angeklagten Richard S. durchsucht. Hierbei seien mehrere Feuerwerkskörper gefunden worden. Diese habe der Angeklagte im Internet bei einer polnischen Webseite bestellt, das belege ein in der Wohnung gefundener Lieferschein. Der am 19. September gehörte Zeuge Marco G. wertete die Beweise gegen den 33-jährigen Angeklagten mit aus. Man habe im Stadion keine Reste der abgebrannten Pyrotechnik gefunden. Die Ultras haben den Block nach der Correo aufgeräumt, daher könne nicht abschließend geklärt werden, ob es sich bei den im Weltpark eingesetzten Feuerwerkskörpern um dieselben Handle, wie sie bei Richard S. sichergestellt wurden, erklärte der 57-jährige Polizeibeamte in seiner Zeugenaussage. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die Tat so wie im Strafbefehl beschrieben zugetragen hat. Die Rolle der Angeklagten bei der Correo sei daher ausreichend für eine Verurteilung. Sie hätten von den Plänen gewusst, dass im Spiel gegen St. Pauli Pyrotechnik abgebrannt werden sollte und hätten das gebilligt. Daher beantragte der Staatsanwalt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten für den Angeklagten Jonas S. und eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten für den Angeklagten Richard S. Doch auch die Rolle des KSC sieht die Staatsanwaltschaft kritisch. Vor dem Plädoyer wurde nochmal ein Video gesichtet, das die Einlasssituation am Stadion zeigte. Es ist beeindruckend wie schnell man einen Fern von oben bis unten kontrollieren kann, merkt der Staatsanwalt an. Der Klub müsse sich nicht wundern, wenn bei solchen Lachsenkontrollen immer wieder Pyrotechnik ins Stadion gelangen würde. Objektiv ließe sich den beiden Angeklagten keine Beteiligung an der Tat nachweisen. Man wolle lediglich ein Exempel an ihnen statuieren. Es wurde zwei Jahre lang miserabel ermittelt, argumentiert Rechtsanwalt Motzenbecker. Nun wolle man seinem Mandanten Jonas S. als Sündenbock nehmen, obwohl er sich nie in den Chatgruppen der Ultras beteiligt hätte. Diese Einschätzung schließt sich Rechtsanwältin Hagenmeier an. Wir haben gesehen, dass wir nichts haben, eine Verurteilung ihres Mandanten könne nur aufgrund von Beweisen ergehen. Diese gäbe es gegen ihren Mandanten Richard S. jedoch nicht. Auch die von Richard S. versendete Sprachnachricht sei kein ausreichender Beweis für eine Verurteilung. Beide Anwälte beantragten Freispruch. Nach ungefähr 45 Minuten spricht der Vorsitzende Richter Dr. Holdefa am Donnerstagvormittag das Urteil. Jonas S. und Richard S. sind nach der Auffassung des Richters der gefährlichen Körperverletzung in elf tateinheitlichen Fällen schuldig. Das Urteil, eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Sie können froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist, begründet der Richter seine Entscheidung und bezieht sich hier auf die Aussage einer Geschädigten. Diese sei beim Versuch den verrauchten Block zu verlassen gestürzt. Andere Besucher seien anschließend über sie hinweg gestiegen und hätten sie dabei versehentlich getreten. So kommen Menschen in ähnlichen Situationen ums Leben, mahnt der Richter. Holdefa sieht keine entlastenden Umstände im Verhalten der Angeklagten, die eine Bewährungsstrafe rechtfertigen würden. Weder ein Geständnis noch Reue hätten die beiden Ultras im Verfahren gezeigt, womit die Strafe nicht auf Bewährung ausgesetzt werden könnte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, beide Angeklagte können noch Rechtsmittel einlegen. Insgesamt wurden nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli 28 und 20 Strafverfahren gegen Fans und Mitarbeiter des Fanprojektes eröffnet. Mit einem Urteil wären insgesamt acht dieser Verfahren vorerst abgeschlossen. 20 Anklagen stehen daher noch aus, darunter auch die Verfahren gegen die Mitarbeiter des Fanprojektes vom Karlsruher SC.